Die Rezeption Auszügliche Lobby Die Poolbar Eines der großen Pools Die Poolbar Untertitelung. BR 2018 Hier vor dem Hotel Hilton finden wir einen breiten, feinen, flach abfallenden Sandstrand. Also der Strand ist doch hier an der Wasserlinie kieselig und gar nicht so flach abfallend wie bei den Hotels daneben in Saragena. Es gibt auch einen kleinen Fußballplatz hier im Hotel. Und für Kinder gibt es die Wasserrutschen. Da ist der Kinderbereich mit den kleineren Rutschen. Und ein toller Kinderspielbereich. So, vor dem Hotelteil ist jetzt noch ein Swimmingpool. Das ist der Ruhepool hier. Das ist der Ruhepool hier. Gut gelöster Schattenspender hier im Hotel. Das ist nun das große Buffet-Restaurant. Ich glaube, da hat man schon einen Eindruck, dass das ein wirklich ausgezeichnetes Hotel ist. Und zum Restaurant gehört natürlich die Terrasse. Ein wunderschön großes, gehetztes Hallenbad. Das ist der Ruhepool hier. Das ist der Ruhepool hier. Gut gelöster Schattenspender. Das ist der Ruhepool hier.